Meine Damen und Herren, wir sind gerade bei Final Fantasy XR Daily Master im Reich der Toten angekommen, ohne zu sterben. Genau, wir sind im Abyss und der Ort, wo wir die Toten wiedersehen können, um mit ihnen zu sprechen. Hallo, Yuna. Mein Vater hat den Sin, und die ganze Stadt war in den Straßen, alle gingen, sie alle so glücklich waren. Wenn ich den Sin, das machte alle glücklich, nicht wahr? Ich muss das, was jeder will, nicht nur was ich will. Wir gehen zurück, du musst sagen, Seymour. Nein, das stimmt. Nichts. Er wird kommen. Wir versuchen nicht zu denken über meinen alten Mann, macht mich über ihn sicher, von denen. Sie hat gesagt, er nicht hier, weil er nicht tot ist. Er ist unverwissen. Das bedeutet, er ist vivo, du kennst. Was, wenn meine alten Mann wirklich tot ist, was ich zu sagen, würde ich sagen, Yuna? Ja, für alle in Spira. Warte, warum muss ich ihn auch nicht entschuldigen? Ich möchte ihn nicht wiedersehen. Was machte du ihn so liefst? Alles, was er machte, macht mich verrückt. Es war seine Schuld, dass ich und meine Mutter... Mom? Es ist sie. Sie ist sehr schön. Hm. Aber... Warte... Keine Ahnung. Keine Ahnung für sie. Sie muss erhebten die Todes, während sie noch alive war. Warte, da! Das ist meine Mutter, die du sprachst. Oh. Entschuldigung. Hm. Es ist okay. Ah. Ich denke, dass ich einfach... ...eineineineineineineine... Was? Warum, ich lebe meinen alten Mann? Jetzt bin ich einfach gespannt. Sie. Also, ich habe ihm gesagt, was ich dachte, dass er genau da ist. Was? Wirklich? Natürlich. Ich denke, aber... Mama! In nur einen Moment. In nur einen Moment, dear. Ich weiß... Ich weiß nicht, was ich tun. Ich weiß nicht, was ich tun. Ich entschuldige. Ich entschuldige. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, das war's. Oh, Mann. Ich weiß nicht. Okay, gehen wir raus. Alles klar. Hä? Was ist mit Armen los? Das ist der Wettbewerb. was war das gerade mit Orwin und mit Lord Giskell? ich hab's das ist gegen die Regeln, nicht wahr? das bedeutet, dass er eine ungelegene Tod ist ich bin jetzt gerade verwirrt die müssen irgendwas geändert haben ok dann gehen wir erst doch später nochmal hier hin das finde ich nämlich jetzt echt verwirrend dann haben die da erst was geändert ok dann nehmen wir mal den Kommando zurück dann wird es jetzt wohl Zeit mir Seymour mal unsere Antwort zu geben ne? um so Lulu so Lulu what do you think about Una getting married? so 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 what if she doesn't even like the guy? is that okay? people marry for many reasons what's that mean? sometimes marriage doesn't require love, you know? defeat sin and bring joy to the people of Spira get married and bring joy to the people of Spira for Una they're just two ways down the same road all you need is determination if you have that you don't need love I don't know I just don't get it so we'll talk about it we'll talk about it so long we're here on Yuna wait listen if Yuna gets married then I what that again? yes if she is to marry I would want her to marry for love see but if Yuna said she wanted to marry the one she loves I would have to object huh? uh you're not making much sense I know okay I will just have a moment now Lulu? I've talked enough about that what? I'm sorry just forget about it jeez grumpy you'll understand one of these days I just don't want to give it words not yet I shouldn't have to say this but don't fall in love with her um ohne dich Lulu? interesting I suppose I could add you to my list I wish you good luck little boy you're going to need it okay we leave as soon as Yuna returns I trust you'll be ready walker walker for a while there I was a little worried about what was going to happen yeah can we talk about Lulu? I'm a little worried about Lord Jiskul I wonder if Maester Seymour has heard okay okay I'll see you all here here we have already here we have already here we have already here we have already there we go there we go how does this look oh oh that sounds like a bad Werbung Rico when we leave here we have to go through the thunder plains next you know oh the Donner Steppe okay yeah the Donner Steppe is not the best place in my opinion oh bad is the summoner not with you? no she's at Seymour's place that's Maester Seymour or Lord Seymour oh I'll be careful sorry that's all right oh Maester Seymour left Guad-o-Salam a short while ago what? you serious? I believe he went to the temple in Makalania Maester Seymour is also the high priest of that temple wow wow I gotta tell the others okay thank you thank you then let's say good hey guys we have to take away from us Lord Jisco please tell me what can I do to help Yuna let's go yep Jun we all know that Seymour is already there else I can't do it hmm hmm They say Seymour went to Makalania Temple Makalania Temple ... ... what I don't get is why would the Lord Maester head off without a peep to anyone Ja, die Lügen könnte ich nicht so gut. Alles klar, dann gehen wir mal zum absoluten Premium-Gebiet des ganzen Spiels. Auf, auf, zur Donner-Steppe. Danach sind wir im Wald von Macalania. Oh nein, wir sind hier. Nicht zu nahe und nicht zu weit von den Towers, ja? Das bedeutet, dass wir die breite, öbliche, öbliche Bereiche haben. Ich glaube, da hat jemand Angst vor der Welt. Ich glaube, ich habe etwas vergessen in Guad-o-Salam. Schön, dich zu wissen. Okay, okay, ich gehe. Die Donner-Steppe zu schwirren. In der Gandorf-Donner-Steppe kann es vorkommen, dass Tidus von Blitz getroffen wird. Niemand weiß, wann und wo die Blitze einschlagen. Daher sollte man nicht regelungslos herumstehen. Unterhalb von Blitz-Ableitern schlägt der Blitz nicht ein. Man sollte Scherz-Schutz suchen. Wenn jedoch kein Blitz-Ableitern in der Nähe ist, kann man mit C-Blissensteigen ausweichen. Dafür muss man in dem Moment, in dem der Blitz-Aufleuchte C drücken. Und unterbrochen C zu drücken, könnte allerdings gefährlich sein. Eine angenehme Reise. So, das ist der Grund, warum ich die Donner-Steppe hasse. Weil jetzt haben wir es ja gerade zum Beispiel nicht geschafft. Problem ist nämlich, hier gibt es etwas für eine ultimative Waffe später. Für die ultimative Waffe von Lulu. Und hier muss man dafür 200 Blitzen. Und unterbrochen ausweichen. Und unterbrochen ausweichen. Dass das nicht so wirklich möglich oder eher gesagt abnormal ist zum Schaffen, sollte ja wohl klar sein. Ok Rico, du weißt Bescheid. Klaue mir bitte von Patrick Gold. Eine Elektrokugel. Ja, das ist nämlich auch so einer dieser Gründen. Allein schon der Grund, warum ich die nicht machen werde. Einfach weil ich das verdammt abgleiche. Ok, Ludo baut auf jeden Fall wieder ein bisschen Memory. Hier können wir mal klauen. Hier können wir mal klauen. Oh, der Hypofen. Kimari und Wakka waren da nicht schon. Ehh, auch noch gleich natürlich. Walker. Machen wir mal kurz weg. Jo, professionell. Was ich aber ganz gut finde. Man kann hier auf der Dachschleppe wieder verdammt gut leveln. Aber ich find's wie gesagt einfach nur scheiße. Dieses Prinzip, dass man hier den 200 Blitzen hintereinander ausweichen muss. Also ich persönlich finde das nicht unmöglich, aber zu viel verlangt. Der Hypofen ist ja so schwer und Einmal ausweichen. Top! Viko klauen wir mal bitte. Wie gesagt, mit Viko klauen wir uns einfach so durch die Weltgeschichte. Hat er noch Schaden? Nein, da war das zu mal beten. Ich weiß nicht wieso, ich bete einfach immer mit Juna. Super. Und Tethos macht jetzt den Rest mit einfach nur normaler Angriff. Oh, vernichtend. Super. Aber ist top. Aber das Schwert für Tethos ist einfach krass. Zwei High Potions. Ja, wir würden uns hier so ein bisschen umschauen. Ja, das ist genau das, was ich sage. So reagieren kannst du, finde ich, nicht. Oder du musst wirklich abnormale Reflexe haben. Tschüss. Ja, ich weiß nicht, das habe ich schon wieder. Weil jetzt ein bisschen der Schaden drauf ist. Du kannst mal wieder verteidigen. Da kommt ein Blitz runter. Walker. Ähm, Rico. Bevor der nämlich drauf geht, will ich zumindest einmal hiervon geklaut haben. Ja. 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 Ja, er soll hier die gefallene wieder überleben. Eine Phoenix wieder. Na. Alles gut. erst mal hier das auge weg machen und lu bitte ein wasser mache das scheiß teil weg und lebt noch kannst du mal hiervon klauen sehr schön nee ich will dann vernichten da vernichten haben oder neu so ist aber wasser und für sie die groben sind ah schade ok einmal luna bitte hier durchheilen hallo mai shen äh ok sehr gut lass mich dir über die Kursung erzählen ja mach mal ein langer Zeit vorhin war dieses Ort ein Traveller-Nightmare Pläne von Leidenschaft, Pläne von Leidenschaft die, die kursen, sind großartig oder so sie sagten ok dann kam ein Mann namens Bilgen scheint ein nobeler Mann gewesen zu sein Uh, ein neuer Gegner. Ja, Rico, das war jetzt super. Alles klar. Ne, Phoenix Feder. Also Rico wird auf jeden Fall leben. Da wird ich wahrscheinlich auch gleich mal in HP Spherit verwenden. I'm fine, I'm fine. Okay. Wasser aufs Teilchen Gold. Yuna, bitte ganz schnell herkommen und einmal Lulu heilen. Riko, du klaust jetzt mal vom Ralfo. Uh, Mondschleier. Äh. Ich schicke noch einen Anfall mit Riko momentan. Äh, Rocker war dran. Komm, Kimaui. Also ich werde jetzt auf jeden Fall jetzt gleich mal, äh, Riko. Hier einmal an Riko so eine etwas... Na. Hier mal einfach auswechseln. Und auf jeden Fall dann einmal ganz kurz leveln. Weil das kann so wirklich angehen. Top. Oh, Riko ist aber schon vier Level. Dann einmal ganz kurz durchleveln. So, wir bekommen hier Zauberbär. Und das müsste noch Magie sein. Jawohl, Magie steigt um vier Top. So, und bekommen wir wieder ein bisschen AP. Der hat ja so wenig. Uh, der bekommt vielleicht sogar Angriffskraft. Uh, es ist soweit. Krass, Sari, 2, P plus 200. Und. Gemacht. Jetzt wird's lustig. Also, den nächsten Bossfett sollten jetzt einfacher werden. Moment. Moment, äh, hier ist Fortuna. Ja. Also, wir gehen hier entlang. Mehr AP für dich. Ganz wichtig. Anguskraft, okay. Du wirst eh nur meine Diebe. Du klaust eigentlich nur. Du bist meine kleine, aber feine diebische Älter. So, jetzt wirst du schon mal bei 700 AP. Ich hoffe, das wird schon mal etwas reichen. Also, ein bisschen mehr Magie. Du kriegst noch ein bisschen MP mehr. Aber naja. Juna. Was haben wir hier für dich? Du hast hier MP plus 20. Und, wenn ich mich nicht täusche, dürfte das Vitra sein. Jawohl. Ich stecke an den Heilsauber. So muss das. Ja, das war's dann auch schon. Äh. Noch einmal kurz durchreißen. Sehr schön. Und dann geht die Reise weiter. Ich will einmal hier ganz kurz drüben hin. Können wir durch dich mal bitte um die Echse. Die hat ja nach sich Damage. Sehr schön. Der ist auch erledigt. Zuerst kommen jetzt erstmal alle ran. Okay. Rico. Du darfst es mal klauen. Eine Elektrohugel. Walker. Ah ne, warte, 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 warte. Juna. Ja, es hat keiner Damage bekommen. Jetzt bekommt er der Damage. Oh. Und zwar Juna. Walker. Und dann einmal Lulu rein. Und das hat sich schon erledigt. Einmal ein Vasca und bye bye. Das vier ledigen wir uns vernichtend. Oh, Gemarschild und Gelbschützer. Wir gehen ein seltsames löchendes Monument. Verdammt. Hier musste man. Na. Boah. Hau doch mal ab. Ja, danke. Oh, Scheiße. Und tschüss. Seht ihr das auch einmal? Und zwar seht ihr dann noch. Die Folge ist vorbei. Bis dahin. Tschüss.